Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Palia. Ja, wir sind gerade bei diesem Event, wo wir diese Tierchen hier fangen müssen. Und sind fleißig dabei. Hm, hm, hm. Bist meiner. Hm, hm, hm. So. Oh, okay. So. 50 Chappas haben wir gefangen, okay. So, wie viele Punkte haben wir jetzt? Drei, ne, 959. Dann können wir so einen noch dazu holen. Machen wir. So, wo ist Seki denn? Da ist doch eben immer hier noch rumgegeistert. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir aber mal langsam heim. Inventar ist eh fast voll. Stoff müssen wir besorgen. Das kriegen wir hin. Hm, hm, hm. 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 Hm, 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 hm. Kupfer. Das ist genau das, was wir brauchen. Hm. 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 Hm, hm. Hm, hm. Hm. Kupfer. Das kriegen wir noch unter. So, jetzt schmeiße ich diese blöde Piratenkiste weg. Kupfer kriegen wir unter. Das ist kein Problem. Zwei Plätze hatten wir ja noch. Hm. Hm, hm. Hm. Sehr schön. Dann können wir noch mal wieder ein bisschen Kupfererz oder Kupfer machen. Brauchen wir dringend. Hatte ich nicht eine Kupferhacke gemacht? Hm. Hatte ich nicht eine Kupferhacke? Post, äh, mach erst mal den, erst mal das Inventar leer. Da kann er loslegen. Da kann er loslegen. Du kannst auch loslegen. So. Stoff. Für Stoff brauchen wir Baumwolle. Baumwolle habe ich keine. Saatgut. Doh, ich kann Karottensaatgut. Ich habe eine Karotte gekriegt. Na. Brauchen wir zwei Karotten? Kann das sein? Eine Karotte gibt vier Samen. Sehr gut. Sehr schön. Hm. Ähm. Okay. Puh. Das war's. Was ist das? Okay. 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 Anytime with Zaki is party time. Okay. Hmm. 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 Oh. Oh wow, didn't expect you. Let's talk tomorrow. Someone could use a wardrobe refresh. Aha. Hmm? Hmm? Hmm. Toodaloo. Such a great day, isn't it? Huh? Hmm. Huh? 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 Bye! Huh? 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 Do you think? Huh? 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 Okay. Was ist das? Oh, ich merke gerade, das Mikro war gemutet, ich weiß gerade nicht wie lange. Entschuldigung dafür. Ja, Kupfer haben wir gefunden, wir werden jetzt mal noch ein bisschen Kupfer jetzt hier rein bollern. So, da könnte ich noch Stein reintun, reicht aber auch noch nicht, müssen wir noch ein bisschen mehr besorgen. So, das Ei haben wir, Mehl alles haben wir, das... Ich wollte gar nicht Knoblauch kaufen, ich wollte... Aber dann machen wir das so. Kann ich gar keinen Knoblauch herstellen? Mist. Geht gar nicht, achso, aber ich habe ja jetzt... Karottensamen läuft noch, ah, aber Knoblauch ist hier gar nicht, ne? Weizen, Reis, Pfeffer, Blaubeeren, Apfelbaum. Hm. So, dann gießen wir mal. Ich glaube, die Karotten sind fertig, ne? Die kann ich ernten. Gucken wir gleich. Hm, hm, hm. Hm, hm, sehr schön. Gießen, gießen, gießen. Gießkanne ist leer. Ausgegossen. So, ernte. Oh, dann können wir auch direkt neu anpflanzen, das ist gut. Dann können wir direkt neu anpflanzen, das ist perfekt. Den einen haben wir mal gedüngt, deswegen sind da diese lila, oder diese violetten Dinger drauf. Dann kann ich nochmal wieder Baumwolle pflanzen. Die ist nämlich auch dringend benötigt. Und, äh, wo haben wir sie da? Weil damit, äh, machen wir ja im Prinzip die... Und Tomaten pflanzen wir. So, beim Rest gucken wir. Unkraut. Und wir müssen natürlich wieder gießen. Dann können wir nämlich schön, äh, Dingssamen machen. So. Machen sie Makarons. Äh, so. Gucken wir mal, ob das hier geht. Herzhafte Gemüsesuppe. Fehlt mir noch die Vorbereitungsstation. Hm. Wo mache ich denn Makarons? Das wäre noch hier die Frage. Müssen wir uns mal angucken. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge, denke ich. Die jetzige ist dann nämlich beendet. Kann hier gerade mal gucken. Wie viel Kupfer haben wir inzwischen? Vier. Reicht das für den Vorbereitungstisch? Jawohl. Reicht. Sehr schön. Äh, wo ist sie denn? Da. Die sieben. Die stellen wir natürlich hier gleich mal daneben. So. Wähle ein Gericht aus dem Herd und klicke herstellen. Äh, für die Zubereitung müssen Zutaten an der Station vorbereitet werden. Sobald die Zutaten drin sind, ist sie super mit dem letzten Rühren fertig. Das machen wir jetzt diese Folge noch. Herstellen. Habe ich denn irgendwas? Wir haben beliebiges Gemüse, wir haben beliebiges Gewürz und wir haben Pilze. Ja, können wir herstellen. Turn on. Ach so. Prep. Äh, Left-Klick warte, bis deine blaue Markierung möglichst nah an der größeren weißen Markierung ist und drücke dann. Mhm. Sehr gut. Zutat hinzufügen. Press and hold. Link the mouse-Taster until the steering is complete. Okay. Erfolg. Herzhafte Gemüsesuppe. Das war ja einfach. Das war ja einfach. Unsere erste Gemüsesuppe. Ja, damit würde ich sagen, beenden wir mal die heutige Folge. Ich kann hier gerade mal noch das Unkraut reinpacken. Ah, so. Sonst haben wir, glaube ich, nichts mehr, ne? Das Essen könnte ich. Gegrilltes Fleisch. Gemüsesuppe. Gibt 100 Fokuspunkte. Ich glaube, wir machen das mal. Kann ich ja immer noch wieder Neues kochen. So, die Zwiebeln behalten wir natürlich. Dann machen wir Zwiebelsamen draus. Das kann ich nicht verkaufen. Kann ich nicht verkaufen. Den könnte ich auch nicht verkaufen. Oh, ich hätte sogar Knoblauch gehabt. Okay. Ähm, ja. Nö. Rest behalten wir. Bretter könnte ich verkaufen. Gibt aber nicht viel. Deswegen behalten wir sie lieber. Wer weiß, wofür wir sie brauchen, ne? So, damit, ja. Beenden wir dann nochmal die heutige Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Ähm. Ja, weil wir mal gucken, was wir dann machen, ne? Wir könnten hier eine Zwiebel machen. Die gibt 45 Gold. Wenn ich nur eine machen will. Dann packe ich den Rest einfach wieder raus. Ach, so einfach ist das. So einfach ist das. So, ja. Jetzt beenden wir die Folge. Aber wirklich, ich sag danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal.